Ja, das macht mich schon extrem stolz und ich gebe immer alles und versuche auch die anderen immer zu pushen, damit wir die anderen Salzburger stolz machen. Das Wichtigste, dass es in der Familie passt und auf das kann man alles andere dann aufbauen. Mit der Schlinge, die du hast beim Schlüsselpornbruch, hat er nach einem Feld ein paar Pässe gemacht und ein bisschen mitgespielt, bis der Trainer gesagt hat, ins Tor gehst du nicht mehr. Du spielst mir jetzt heraussend. Für jedes Tor, was ich geschossen habe, habe ich damals 10 Schilling gekriegt, damit ich mir auch Wursts einmal nach dem Match kaufen kann. Ich spiele natürlich auch Fußball dafür, dass ich erfolgreich bin und einen Titel habe. Und die Chance mit dem Red Bull Salzburg ist einfach riesengroß. Der Kopf ist einfach riesengroß. Untertitelung. BR 2018